Hey Leute, ich habe jetzt einen Discord und hier kann man sehr viele verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel, man kann sich mit den Freunden hier unterhalten, hier in den Chat hier, wenn man draufklickt. Und ihr könnt euch auch an den Freunden sagen, dass ihr hier auch einen Discord habt. Einfach erster Link in der Beschreibung hier, erster Link in der Beschreibung. Und ja, dann seid ihr einfach hier direkt drauf im Server. Genau, und hier kann man nicht sehr viele verschiedene Sachen machen. Man kann zum Beispiel auf erstmal Regeln und Infos muss man unbedingt durchlesen. Einfach hier Regeln und Infos durchlesen und ja. Man kann zum Beispiel auch, wenn ihr Mitglied seid oder so von meinem Server, aber kann man hier ganz einfach Mitgliedanforderungen mit einem Screenshot und da habt ihr auch einen Mitgliedrang auf meinem Discord hier. Es gibt auch ein Fanart-Dings hier, ein Fanart-Channel. Da könnt ihr alle möglichen Fanarts hier reinschicken über, keine Ahnung, Revival zum Beispiel. Also Revival ist jetzt schon aus, aber über die kommende Projekte oder so oder über Franzl, alles mögliche. Die werde ich vielleicht auch noch in den Videos zeigen. Hier könnt ihr auf Videos klicken, hier sind alle möglichen Videos, was ihr halt hochklären werden von mir. Und es gibt auch Gewinnspiele. Also Gewinnspiele, das praktisch, ihr reagiert über einen Bot praktisch. Da reagiert ihr auf die Nachricht von Bot und könnt ihr zum Beispiel, könnt ihr bei euch zum Beispiel gewinnen, Red mit Julian hier, wie man links unten seht, Red mit Julian. Da könnt ihr mir zum Beispiel reden mit mir oder so. Es geht wahrscheinlich, also jede Woche ist ein neues Gewinnspiel, könnt ihr auch Rollen oder so gewinnen oder einfach reden mit Julian und da könnt ihr einfach mit mir reden, alles was ihr wollt. Alles besprechen, was ihr wollt, keine Ahnung. Und ja, dann erster Link in der Beschreibung, dann sehen wir uns im Discord. So, hello und willkommen zu neuen Folgen Minecraft Horror, Minecraft hier. Heute zu Halloween mit dem Chaos, Flo. Hi. Hi. Der Flo ist genau hier drüben. Hi Flo, hi. Hi Julian, hi, es geht. Oh, hi, bist du auch hier, bist du auch heute Minecraft Horror. Hi. Hi. Ich schieße dir mal ein T-Shirt drüber, kannst du fangen? Oh, warte, ein T-Shirt, warte mal. Oh, ich habe gerade was umgeworfen. Oh, ein T-Shirt. Egal. Warte mal, hast du, warte mal, hast du Baby, warte kurz. Äh, hast du, hast du Baby, hast du Baby, hast du Baby, hast du Baby, hast du? Hey, ja, habe ich, warte. Warte, warte, warte. Ja. Warte, ich schubfe den, ich schubfe den rüber zu dir, okay? Okay, okay, mach mal, mach mal. Okay, und go. Oh, ich habe ihn auch. Warte mal, Baby, hast du? Warte kurz, warte kurz, ich muss dir kurz den Greenscreen ausstellen, Sekunde, so. Filter. So, kurz Screenshot, warte kurz, kurz Greenscreen, weil es packt, ja. Hier ist doch Baby, ich muss die Mepits anfangen. Warte, 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 hier ist der Baby, Kauslo, yo, mei. Ich muss wieder, warte, ich muss wieder Greenscreen einfach so sagen. Ähm, so, ich, ich. Wieso ein Greenscreen? Ich habe, ich kann kein Greenscreen anziehen, weil meine T-Shirts meistens grün sind. Ja, das ist halt ein bisschen dumm. Ähm, ja, okay, ähm, wir spielen heute Horror. Wir spielen den Web, die ist Taki-Taki-Klinik. Wir haben auch so eine Fackel und mit der Fackel haben wir auch ein bisschen Licht hier. Okay. Es steht Brightness 25 bis 40, aber das machen wir nicht. Warte, ich glaube, ich muss doch, warte, ist gut, kurz, sehr, 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 ne? Ja, ich glaube, das Sound soll, soll so passen, eigentlich. Brightness? Ja, schaut, da steht auch, du musst doch auf 90. Ich habe Brightness auf Moody. Ich habe Brightness auf Moody, Moody, Moody. Egal, wir, wir, wir können nicht lesen. Oh, das Sound 100 Prozent, genau da wird unsere Ohren platzen. Ja, das ist wirklich. Und 10 Chunks. 10 Chunks? 10 Chunks, warte, auf 10 Chunks. Ich habe auch auf 10 Chunks. Smooth Lightning off? Hä, warum ist es richtig schlecht? Okay, ich mache auf. Oh, vielleicht ist das, keine Ahnung, in die Jumps. Ich habe dir mir irgendwas Geiles gemacht, ja, damit. Last Test, also wenn die Rails größer sind als du, dann hast du das richtige Pack, also das Texture Pack, ja? Okay. Was ist das hier? Start Map. Start Map. Start Map. Okay. Irgendwas Böses, warte, dich. Hier sind Leute. Was ist wer? Lol. Siehst du den? Ja, ja. Hallo? Oh, oh. Man kann in den T-Shirt reingehen. Was hast du denn gesagt? Ähm, Rainer. Was? Äh, 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 was? Rainer, ja, wie ist der? Rainer? 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 Was sagt die? Ähm, äh, niemals hatte ich etwas Ähnliches selber. Die Dame hier hat gesagt, dass ein Desaster schon passiert ist. Kohai sagt, ha, ihr seid, äh, euch sicher? Ihr habt euch das nicht ausgedacht und euren Kopf irgendwo dagegen kann? Okay. Nein, nicht. Es ist Kohai, ignorieren. Was? Äh, ihr grüßt so ernsthaft unseren alten Kollegen. Äh, ja. Ach, doof. Äh, irgendwas. Äh, mit Stuhl, Schuh, äh. Hat die Kane oder Narahiko gesehen? Junge, ist das ein Anime? Narahiko? Naruto? Narahiko und Kado Rukuhai. Ähm, naja, meine Meinung zählt anscheinend nicht, dass so bin ich lebeleise. Äh, okay. Äh, okay. Was wollen die mir jetzt sehen? Doch, wir sind in Japan, schau mal. In Japan? Äh, Taki, Taki. Äh, sie sind weg. Sie sind weg. Sie sind weg. Okay. Ja, okay. Äh, ich sehe dich ein bisschen, äh, später bei der Bibliothek. Äh, ich habe noch ein bisschen... Hallo, Flo, wir sind in der Schule. Flo, wir sind in der Schule. In der Schule? Lounge. Lounge. Ich will die Lounge. Lounge? Äh, da vorne ist, glaube ich, die... Oh. Ey, warte mal. Klasse A1. A1. Okay, ist keiner. Wir wissen, die Bibliothek, glaube ich. Liberty steht daneben. Warte mal, Libra... Library. Hier ist die Libra... Oh, Libra... Die Libra... Hier? Oh, jetzt die... Oh, Kado. Hallo? Hey, Rainer. Rainer, warum schaust du so, äh, bedenkt? Naja, ich muss dir sagen, äh, du siehst, zwei Tage... Vor zwei Tagen hat Tain mir gesagt, äh, was? Eine Legende. Äh, sie hat mir, äh, gesagt, dem Freund ein. Äh, sorry fürs Erzählen, äh, aber ich habe gelacht, aber dachte mir, ich sei dabei. Eine Legende über... Hast du... Hä, was war ich jetzt? Legende, Legende? Okay. Es gab mal ein Mädchen, äh, was dir eine Schule in der Nähe irgendwie, äh, Dings, auf die Schule in der Nähe ging und die hieß Kaschina Reiko. Kaschina? Äh, jeden Tag, äh, 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 hat den Zug genommen, äh, zur Zehnrauschstation, um heimzukommen. Äh, was? Und die, und die wurde irgendwie gemobbt. Und irgendwann hat den Zug zurückgenommen, äh, und die drei Mobber haben gewartet auf einer leeren Schienenbahn. Achso, okay. Und dann ist sie dead. Keine Ahnung. Oh nein. Was? Und haben sie genommen und... Und das Schild, äh... Und sie einfach vor den Zug geworfen. Und das hat ihren Körper in Zweifel geteilt. Äh, oh oh. Okay. Puh, geil. Jumal. Das ist mein Typ. Äh, warte mal. Kantine. Kantine. Kantine? Das ist ja Schuljahrt. Warte mal. Und die Nacht war sehr kalt. Okay. Deswegen, hm. Äh, komisch. Deswegen ist sie nicht verblutet und hat einen langsamen und grausamen Tod und schön. Und die, äh, Mobber haben gelacht und sind weggegangen. Äh, okay. Hau, ha, 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 ha. Äh, genau. Und die sagen, sie wird dich in einem Albtraum in drei Tagen heimsuchen, nachdem du die Geschichte hörst. Und du wachst auf in der Zugstation. Und dann wird sie dich stalken und dann finden und dann macht, und dann schnellst du den Körper auch in Zweiteile. Junge, geil. Ich freu mich schon. Geil. Äh, und wie lange waren Tane und Narahiko schon weg für drei Tage? Verstehst du, was ich dir jetzt sagen will? Äh, Junge, warum erzählst du dir das? Warum ist das so viel? Warum? Ich kann, stell dir vor, ich kenne Englisch. Ich will es zu. Warte mal. Okay, ne. Alles klar. Ist mir egal. Also wir wissen, ja, es gibt die Legende von diesem komischen Mädchen, aber der Block interessiert. Keiner. Ähm, ich glaube, wir müssen warten, bis wir fertig sind. Oh, und jetzt habe ich die Geschichte gehört, jetzt sterben wir auch. Geil. Gibt es nicht irgendwie, gibt es nicht irgendwie so ein Dings? Warte mal, ich stelle jetzt Musik aus. Ah, Loll, du hast Musik? Ich habe gar keine Musik. Ne, 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 ne. Du musst einfach, generell, es sounds awesome wie der andere, äh, sieh, hörbarnde Dings. Nicht nur. Die, die Stimme. Was, ich bin, okay. Junge, ich habe keine Ahnung, warum schreien die so viel? Okay, ähm, okay, auf jeden Fall, man schreien drei Leute. Rainer, Kardo, Kohai, wo ist der dritte? Was? Oh, mei, oh, wa. Wo ist der? Oh, mei, oh, wa. Oh, mei, oh, wa. Oh, jetzt reden die nicht mehr. Was hat geschrieben? Oh, nein. Wirklich? Ähm, Dings. Was machen die? Okay. Was sagen die? Gibt es nicht irgend so einen Film oder so? Äh, wo du irgendwie nach sieben Tagen, nachdem du die Stories oder den Film schaulast, was von denen so? Oder irgendwie? Was sagen die? Alright, äh, weh, um. Okay, jetzt ist es ausgericht. Oh, jetzt sind sie weg. Hey, was steht da? Oh, was ist? What's your back? Hinten hier schon? Wo bist du? Bei der Zugsetzung, glaube ich. Hä? Oh, oh, ich nicht. Oh, oh, warte, kannst du dich zu pehen, warte mal. Hä? Ha, die Pe. Hey, oh, mei, diese Map ist only for single player. Oh, only for single player, but we play it on multiplayer. Oh, my God. Oh, oh. Hast du gesehen? Ne, gesehen nicht, aber. Hey, das war so, okay, das Mädchen ist auf mich zugerannt. Achso. Lass mich mal vorgehen, das ist mit mir. Okay, okay. Dings? Okay. Du wickst nicht. Okay, aber es standen, es sind mehrere Jumpscares, glaube ich. Okay, jetzt sind wir wieder draußen, bei der Schule. Ja. Wo ist Rainer? Oh, Flo, ich glaube, ich habe da was gefunden. Wo bist du? Ich glaube, man kann ja auch das Map passen. Okay, noch nicht. Okay, wirklich, oder? Okay, schau das, schau das Holz an, Flo. Ich glaube, wir haben zu viel geschlafen, aber ich höre eine Stimme, die mich gewarnt hat. Wirklich? Wir haben es beide gehört, oder so? Okay. Okay. Ich hoffe, dass das einfach nur eine Coincidence ist. Coincidence? Hey, was ist das hier? Was machen die? Gibt es nicht irgendwo einen Easter egg? Also, wie? Steht irgendwas? Oh! Ich sehe dich morgen. Oh, bist du? Hey, ich bin im Raum drin. Ich glaube... Doch. Ne, ich muss sich um 10%... Oh, Leute, da vorne, oder? Wirklich? Was ist da? Da ist wer, oder? Schau mal. Wo bist du? Oh, Lull. Ah, der ist ja kackleck, glaube ich. Ich glaube, das Mädchen, das Mädchen, das Mädchen, das Mädchen. Das ist das Mädchen. Ich habe es gesehen. Glaube ich. Oh, oh. Ich glaube, da nur... Hey, wir sind... Wir sind eingesperrt. Oh, ich bin da. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo sind wir? Wo sind wir? Meine Welt? Wo are you? Wo, wo are you? Du weißt, wer ich bin. Ich glaube, es ist das Mädchen. Ist ja nicht so dumm wie die anderen und versuche es zu vergessen. Sag mir nicht, du bist... Der Munker, der... Der Munker... Äh... Ja, komm, dir redet irgendwas... Äh, mit, äh, Dings. Ihr seid so dumm. Sag mal, was ist das Story? Also, Story einfach. Jeder, der meine Story-Geschichte hört... Ich kann mich warten, meine Klauen auf dich zu legen. Und euch nicht... Oh, wow. Hörst du das? Hörst du das? Ich hör nichts. Mach, mach Sound an. Mach Sound an. Weißt du richtig? So richtig, äh, kuselige Musik. Dann kann man jetzt eine kleine Leicht. Zugstation. Hörst du das? Was ist das nicht? Was ist das? Hörst du Musik nicht? Hörst du durchkommen? Ich hör nichts. Ich hab die aus. Hörst du richtig komische Musik? Ähm... Ich hab das schon nicht gelöst. Next Arrival. Äh, Arrival? Revival? Äh, Times. Ah, Arrival. Ich hörst du... Tschüss mit Bits. Äh, Bits. Komm, irgendwann lang? Oder was müssen wir machen? Times. 666. 0 Uhr 66. Was? 0 Uhr 66. Hier geht's weiter! Komm. Oh, da, ich hör was. Da, da, da. Da geht's weiter! Oh. Warte, langsam, langsam, langsam. Langsam. Au! Hahaha! Ich glaub, da ist irgendwas. Ich hab Hunger! Ich hab auch Hunger. Es ist Lemonka. Lemonka, warte. Vielleicht kommen wir jetzt... Okay, ich kann jetzt... Lomm, Lemonka, Chomsky. Pass auf, ich ist Lemonka. Äh, wenn du die Musik hören würdest, du... Du wirst es auslassen. Ich würde wirklich nicht... Lemonka. Eins? Lemonka? Ich geh mal hier ran. Ich geh mal hier. Hier geht's nicht weiter, da ist zu. Bei mir? Ja, es muss bei dir sein. Hier ist die Bahnstation bei mir. Wirklich? Wie cool gemacht ist. Siehst du den Körper von der? Ne, hier ist nur eine Bahnstation. Was, wenn ich aufs Gleis gehe? Ach so, stimmt das von der Story, ge, Flo? Wenn wir am Bahn... Am Bahn... Am Bahn... Am Bahnstation. Ja, 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 ja. Was eigentlich, wenn ich hier weitergehe? Wie geht's weiter? Warte mal, du kannst... Wollen wir reingehen bei... Dem... Ist irgendwas bei dir? Ne, bei mir ist nix. Ist zugeschüttet. Bei dir auch? Was meinst du? Also da, beim Zug, Dings. Ja, bist du weitergegangen beim Zugweg? 0,66. Hier, 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 hier. Warte einfach bei der Bahn hier. Ja, der geht irgendwo runter, warte mal. Oh, lol, das geht nicht weiter. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Da, komm her. Wirklich? Ja, komm her. Bei der Zugstation. Oh, wie geil, das ausschaut alles. Ja, komm her, komm her. Hast du immer noch Musik? Ja, 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 alles gut. Also so hinten, nicht Musik, wirklich? Es wird immer lauter. Immer lauter. Oh, oh. Le Munk. Le Munk bist du's? Heißt, noch ein Zug zu tun. Ist ein Buch, ist ein Buch. Licht. Das war nicht richtig, dass ich aufgereiht bin. Äh, Julian. Äh. Äh. Bin es cursed? Äh. Oh, ich mich so erschocken. Ich glaub, wir müssen wir weiter. Ich hab's der Körper. Kommt jetzt gleich ein Zug, oder wie? Leute, will ich Sachen machen, echt? Äh. Okay. Hey, wo ist ein Zug? Es kommt kein Zug. Hier, hier, hier. Geht's da weiter? Oh, oh. Oh, oh. Ich renne, ich renne, ich renne. Es ist so laut. Ich renne, ich renne. Das war die. Es ist so laut. Löcher ist auch. Oh. Im Zug. Oh. Zock. Hey, ich hoffe, ich bin doch nicht von Zug. Warte mal. Hinter uns, hinter uns. Die redet. Die war gerade hinter uns. Gehen sie aus. Die redet. Hier geht's weiter. Ja, hier geht's. Er hat die hier. Da geht's rauf mit mir. Wo bist du? Ich bin hinter dir, warte. Ich glaube, da geht's weiter. Ja, ja. Geht du vor. Hallo? Was suchen wir überhaupt? Ich weiß es nicht. In real areas. Wir sind irgendwie in so einem Traum. Sind wir oder so? Buh steht da. Willkommen zu meinem Haus. Oh lol. Flo. Hättet ein Buch. Schau mal, ich habe jetzt Rüstung. Easy, yoink. Warum hat's, ähm, Dings, äh, ja. Das brauchen wir eh nicht wissen. Weiß richtig. Nimm die Fackeln mal wieder in den Hans. Oh. Hab ich. Oh, ich blege. Julian, wir sind eingesperrt. Jetzt können wir nicht mehr. Oh. Du. Ich nicht. Also ich glaube, das müssen wir, oder? Musst du zu mir? Oh, hi. Okay. Okay. Habst du jetzt irgendwie Erde runtergefahren? Nein, da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Es wird immer lauter schon wieder. Ich glaube, es kommt gleich wieder. Wirklich? Nein, ich habe, wir müssen vorne sind. Komm her. Und jetzt nochmal rechts. Wann mal. Hier. Ist zu. War mit Barrels. Hier, bei mir. Ul, zu viele Wege. Bei mir auch. Okay, ich habe das Labyrinth, oder? Ist zu. Oh mein Gott, Julian. Es ist Lamonca. Lamonca? Ich glaube, der wohnt da wirklich. Ich bin schon ultra, warte jetzt. Das ist Lamonca, sein Leer. Ey Leute, gleich kommt der Lamonca. Gleich kommt der Lamonca. Kleine Affe. Ey Leute, wisst du gar nicht, was Lamonca ist, Leute? Ja, die. Das kommt bei mir am ersten Elften. Ersten Elften? Ja, da kommt der Lamonca leer. Am Morgen leer. Das war morgen eigentlich, glaube ich, oder? Ja, da ist nichts. Ja, morgen, glaube ich. Hier ist nichts. Geht sich weiter. Was steht im Buch? Oh doch. Warte mal. Ein Moment später, ähm. Ich glaube, das ist jetzt der längste Weg bis jetzt. Ich denke auch, ja. Ja. Ich muss einen Schalter in der Nähe an. Hier irgendwo? Einen Schalter. Suche einen Schalter. Ich höre die Meintracht Cave Sounds. Ja, wahrscheinlich da irgendwo. Schau mal. Cave Sounds sind, glaube ich, normal. Ich gehe in die Richtung. Ey, ihr wollt ja nur Taki-Taki-Map spielen. Taki-Taki? Ich glaube, es ist bei mir. Oh, es sind wieder zwei Wege. Ich gehe mal einen im Weg. Gehst du denn nach vorne? Oh, oh. Haben ihn. Schalter. Okay. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Nice, nice, nice. Gut gemacht, gut gemacht. Ich glaube, du bist hier bei mir. Oder? Nee, nee, nee. Doch nicht. Selbst die B. Ja, so. Okay. Ich glaube, wir müssen da zurück. Okay, okay. Warte. Oh, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Warte. War es da? Ja, oder? Da war es. Doch, doch, doch. Oder? Ja, da, da, da ist die Tür. Oh, es ist offen. Klar, Klasa. Le, Le, Monca. Ich glaube, es ist wirklich Le, Monca. Le, Monca, bist du es? Was fällt dir reinfallen? Oh. Oh, es ist ein Buch. Oh, hast du es sehen? Nein. Es gab so eine Dingsroute flogen. Oh, ich sehe es. Der Körper. Die andere Hälfte. Sorry. Das war weird. Das war nur ein Dings, genau, eine Legende. Ich gehe mal in den Zug Dings entlang. Ich gehe mal in den Zug Dings entlang. Sorry, wenn ich jetzt nicht so viel sieht. Wow. Ich sehe es wieder. Ich bin nicht gebast. Raus, 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 raus. Oh. Kommt ihr? Hier ist Zugstation. Hier ist ein Buch. Letzter Buch. Das Buch heißt, letzte. Letzter Dings. Ich habe einen Traum gehabt. Ich habe es eine an der Dingsroute. Wo, wo? Oh. Boah. Was war das? Siehst du es? Schule. Schule hat geschlossen. Siehst du es auch? Bei mir war die. Was passiert? Musik ist aus. Ich habe es aus. Das ist so ein Artikel. Das ist so ein Artikel bei mir. Ist es echt? Mortal Kombat. Dicci Dicci. Oh. Boah. Dicci Dicci. Das war es. Ja, wie gesagt. Loil, ich habe es auch mit dem Dings. Mit der Zeitung. Da habe ich ein Pumpkin drauf. Schau mal. Ich glaube, der Pumpkin macht das. Oh, loil. Wie gesagt, lasst ein Like. Ein Like und ein Abo da. Oh, mein Abo. Und da, Flo da drüben. Dumme. Ihr könnt auch bei Flo vorbeischauen. Bei dem ist auch heute hier ein Video gekommen. Mit meiner Facecam und mit seiner Facecam. Und da würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Unbedingt, dass ihr keine Videos verpasst. Wie auch immer. Oh, ein Like. Ein Like. Und abonniert mich. Und tschau. Bis zum nächsten Mal.